Zum Schluss der Sendung wollen wir Ihnen noch ganz schnell zeigen, was Menschen so alles einfällt, wenn ihnen sehr fad ist. Planking zum Beispiel. So heißt die neueste Facebook-Mode, die aus Australien zu uns schwappt. Beim Planking liegt gerade und flach auf einen möglichst originellen Platz und stellt ein Foto davon auf Facebook. In Australien ist dabei jetzt allerdings ein Mann im siebten Stock vom Balkongeländer gestürzt und gestorben. Sie sollten Planking also möglichst nur an Orten machen, an denen Sie sich möglichst sicher fühlen. Das Wetter.